2 Fuß Leute, das mit dem Test. Funke Salut Raketen mit Silber-Cracking-Aufstieg. Warte mal bitte. Warte mal bitte, sag ich mal. Ah, da ist ja schon Schultz-Krapperlocher. Fein. Da schaut das Gerät aus. Das ist ein fettes Teil, gell? Steht da wo die NEM anreift. Da. 17,5 Gramm. Das heißt, die muss jetzt schon ständig da noch mal, ne? Ja, dann gehen wir so. Viel Spaß. Das ist ja cool, ne? Ja, dann war es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Und zerfuss.